Weißt du, was dieses Buch mit dem Liebeshormon und deinem Marketing zu tun hat? Wenn du Menschen begeistern möchtest, wenn du die von deinen Angeboten überzeugen möchtest, dann ist es sehr schwer, wenn du das mit Zahlen, Daten und Fakten tust. Und es wird sehr einfach, wenn du das mit Business Storytelling tust, wenn du ihnen gute Geschichten erzählst. Und warum? Weil dieses Storytelling, dieses Geschichten erzählen, das löst das Liebeshormon Oxytocin aus. Und das ist das, was du willst, weil Oxytocin, das hast du eigentlich sonst nur, wenn du deine Familie knuddelst, deinen Hund streichelst oder mit deiner Liebsten zusammen bist. Und das lässt uns gut fühlen. Das lässt uns gute Entscheidungen treffen. Das lässt uns auf eine Geschichte, auf ein Angebot eingehen. Und das heißt, wenn alle anderen das Marketing machen und sagen, ich bin der Beste, der Größte, der Schnellste, der Schönste und du erzählst eine gute Geschichte, dann hast du den unfairen Wettbewerbsvorteil vor deiner Konkurrenz. Und genau darüber haben wir ein Buch geschrieben. Das heißt, mehr Erfolg mit Business Storytelling. Und wir zeigen dir da drin, wie du mit guten Geschichten Kunden und Mitarbeiter gewinnen kannst. Auf 200 Seiten. Und dieses Buch kannst du dir jetzt bestellen unter storytellingbuch.de oder du klickst hier irgendwo drumherum, da wo so ein Button ist und holst dir das. Das Ganze ist kostenlos für dich. Du beteiligst dich nur an den Versandkosten und da ist wirklich einiges drin. Wir haben erst einen Part, der dir genau erklärt, wo momentan die Denkfallen sind. Bei vielen Unternehmern, die noch nicht so erfolgreich sind und wie du die überwinden kannst. Und wir zeigen dir die 4-Schritte-Storytelling-Formel, die du sofort anwenden kannst. In Social Media, auf deiner Webseite, in deinem Flyer, in deinen Angeboten und im Verkaufsgespräch. Und dann wirst du sehen, wird sich deine Abschlussrate signifikant verbessern. Und was da hinten noch dran ist, ein Workbook. Da kannst du alles direkt eintragen, ausarbeiten und kannst schauen, wo du gerade stehst, wo du hin willst mit deinem Marketing in 2023. Und dann wirst du sehen, dass gute Geschichten den echten Unterschied in deinem Business machen. Geh jetzt auf storytellingbuch.de, hol dir das Buch und dann lerne auf 200 Seiten, wie du Marketing machst, wie niemand anders bei dir in der Branche und damit einzigartig wirst.